Wir bieten die Vernetzung zwischen Politik und Wirtschaft. Und zwar haben wir Europaabgeordnete bis zum Kreistag und auch örtliche Mitglieder, die sich für die Belange der Wirtschaft einsetzen. Anders als ein Businessclub, der sich praktisch zum Frühstück trifft, können wir auch Gesetze praktisch weiter vermitteln oder auch beeinflussen. Und auch die Baugenehmigungsverfahren beschleunigen und so weiter. Nach dem Wegfall der FDP in den Parlamenten sind wir die einzige politische Kraft für die Unternehmer.